Perfekt eingeparkt, geile Scheiße, ich kann ja doch einfahren. No way on the subway. Es gibt keine Sandwiches. Ja. Und du wirst mich für das? Nein, ich habe gehört von guten Dingen. Einige sind Freunde, aber du wißt du, was du machen? Du bist richtig. Ich stehe bei der Arbeit. Oh, mein Mann, dieser Mann? Er ist okay. Er schützt, und er ist nicht auf der Straße. Sehr lustig. Ha, ha. Wir haben viel Geld verloren. Und wir haben ein Problem mit diesen Biker. Und ich habe das Problem gefunden, zu finden jemanden. Ja, ich habe fast etwas dazu. Also, wir haben einige von unseren Jungen nach dem Geld. Vielleicht kannst du mit den Biker. Komm her. Komm her. Sie haben Probleme auf dem Biker und der Exit. Otherwise, du und Raymond hier haben ein sehres Problem. Die Bossen müssen geteilt werden. Auch wenn die Leute vergessen, zu ihnen zu erzählen, die sie an arbeiten. Ich habe nicht meine Brust. Was ist das, was zu sagen, was sie an arbeiten? Ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Du bist sicher. Du bist sicher. Du bist alle Menschen. Jetzt, was das bedeutet? Nicht da. Ich meine, komm an. Ja, 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 ja. Okay. Hm. Na ja, dann müssen wir halt wieder mal ein paar Biker umlegen. Ach, The Lost. Hier, The Lost in the Daymond. Also, sprich, das wird man alles dann zur nächsten Episode wiedersehen und finden, denke ich mal. Ja. Und, ja, gucken, ne? Also, ich bin da auch gespannt. Die habe ich auch noch nie gespielt, die Episoden. Ich habe mir das Spiel damals mit den Episoden alles zusammen für 7 Euro bei Steam gekauft. Gibt es ja manchmal so im Shop bei Steam. Und, ja, gegen 7 Euro kann man nichts sagen für den Spiel, was 3, 4 Jahre alt ist. 4 Jahre? 3 Jahre? Ja. Könnte so sein. Auf jeden Fall. Mal gucken. Äh. Ähm. 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 Woh. Ähm. 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 Ich brauche eh keine neue Karton. Die reicht noch. Mann, 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 Mann. Die können echt nie aufpassen, ey. Ah, jetzt qualmt schon meine Karre. Das ist schon schräg. Schräg. Wir wechseln doch mal schnell das Auto. Oh, das war auch ziemlich knapp. Und nehmen diese. Ach, nö, 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 nicht die Scheibe. Nein. Und gleich mal der erste Delle in die Karre eingefahren, ey. Weil ich nicht wusste, die Bremse ist, Mann. So ein Scheiß auch, ey. Nico, vordere mal ein bisschen besser, ey. Ich bin nur der Typ, der lenkt und Gas geht. Du kannst ja mal bremsen. Ich kann ja nicht alles machen. Also langsam, aber sicher, frage ich mich echt, wie lang geht das Lied noch. So, gucken, was abgeht hier. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. War lange, lange her, ist es. Ja, geht das schon wieder los. Ich hasse Bikes. Ich hasse auch. Oh, ein bisschen zu früh. Ja, wie ich den Scheiß hasse, ey. Toll. Wenigstens warten sie auf mich, weißt du? Ja, geht das schon wieder los. Wie geil. Was war das denn für ein Glitch, alter? Komm, 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 komm. Uh, das war knapp. Darf ich dich jetzt eigentlich umbringen? Ich weiß es gar nicht. Boah, was ist das denn? Bringt eh nichts, auf den zu schießen oder so. Fuck. Muss die Karre jetzt hin? Nein, ich will den Scheiß nicht verlieren. Oh, das ist übel gewesen. Nein, 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 nein. Ach, ich muss in den Zug einsteigen? Was ist das denn? Hä? No, fick dich doch, Mann. Was ist denn das für ein Dreck, alter? Boah, jetzt soll ich den ganzen Scheiß wieder machen? Das, 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 das kann ja was werden, ey. Toll, jetzt ist meine Karre auch noch weg. Steht nirgendwo ein Auto. Doch, da. Kleiner, hässlicher Idiot, alter. Du hast mich angefahren. Du hast mich angefahren. Ganzen Scheiß nochmal machen hier. Ah. Dann noch so eine grässliche Musik. Dann noch so eine langsame Karre. Scheiße, das tat echt weh, wo ich da gestürzt bin. Vor allem, es steht irgendwann mal so, steig in den Zug. Steig in den Zug, weißt du? Kenn ich gar nicht mit dem Zug, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hab's vergessen. Also wie gesagt, ich kann mich ja auch nicht an alles, an alles erinnern. So. Oder kann ich den erschießen, weiß ich jetzt gar nicht. So genau mehr. Hm. Tö, 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 tö. Auf jeden Fall, naja, es kotzt mich halt an, immer ständig die Mission nachzuholen. Das meine ich, es gibt halt keine Variables irgendwie... Ende, wo man sagt, okay, die Typen, die kriegt man nochmal. Aber jetzt muss ich das halt nochmal spielen. Scheiße, jetzt hab ich wieder was vergessen zu holen. An Essen und so. Ha, Luck-Schaden nennt man das. So. Kennen wir ja schon alles mit den ganzen Videos hier. So, das kann man ja schon. Gucken, vielleicht kriegen wir das jetzt zum zweiten Mal. Alle guten Dinge sind rein, ne? Oh nein, dein Körper ist tot. Oh nein, dein Körper ist tot. Oh nein, dein Körper ist tot. Geiler Stand, ja? Ja. Das ist so übel, wenn man nicht ziehen kann, sehen kann, dass da irgendwie gleich was kommt oder so. Ich glaub, den kann man nicht umbringen. Naja, also, ich glaub, den einen konnte man umbringen, aber dem muss man jetzt so folgen. Und, äh... Hab ich die Karre gleich immer so verreckt, ey? Komm schon, gib alle, das ist ne Biker-Maschine. Und wir müssen jetzt in unseren Zug einsteigen, irgendwie. Brauchen wir aber nicht. Wir folgen denen jetzt einfach, das ist... Und dann noch mit der Maschine über den Schädel gefahren, ey, ist das geil, ey. Und dann noch mit der Maschine über den Schädel gefahren, ey, ist das geil, ey. Und dann noch mit der Maschine. So. Das tat gut. Das tat echt gut. So. Was machen wir denn jetzt, so? Komm, wir fahren jetzt erst mal nach Hause. Genau. Ab in die Feuerwehr. Ab in die Feuerwehr. Ab in die Feuerwehr. Ja. Na ja, dann vermalten wir ein bisschen... ...sachter, sachte Motorrad. Und fahren jetzt Richtung nach Hause. Mal abspeichern. Das macht zwar automatisch, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher. Es kam mir nämlich schon mal Bummer vor, dass der Speicherplatz einfach nicht gespeichert wurde. Und dann ist er der Speicherpunkt. Ja. Wow, das war knapp, ey. Das... Oh, wow. Glorien. 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 Diese Tage sind über meine Freunde. Dieser Mann sollte in die richtige Richtung gehen. Hm. Gut, gut. Äh, ist das jetzt eine Mission, die wir machen müssen, oder ist das jetzt eine Mission, die wir nicht machen müssen? Weil wir können ja auch nicht mehr speichern. Scheiße. Äh.